Die nachfolgende Sendung wird Ihnen präsentiert von dem führenden Spezialisten für Gelenkwellen. Rotorion. Herzlich willkommen zu den Auto-News. Wir berichten über Aktuelles aus der automobilen Welt. Mein Name ist Anja Nowak. Audi stellt zusätzlich 100 Ingenieure ein. Die Ingolstädter stellen für das Förderprojekt ePerformance noch einmal zusätzlich 100 Ingenieure ein. Damit steigt die Zahl der Experteneinstellungen bei Audi in diesem Jahr auf 400. Wir investieren nicht nur in Maschinen, Anlagen und Produkte, sondern vor allem in Menschen, so Audi-Personalvorstand Dr. Werner Widuckel. Das Unternehmen hatte vor einigen Wochen zum 100. Geburtstag von Audi 100 zusätzliche Ausbildungsplätze bekannt gegeben. Gleichzeitig investiert der Automobilhersteller mit weiteren 100 Neueinstellungen nachhaltig in Spezialisten für die Bereiche Elektronik, Batterietechnologie und Leistungselektronik. Schon frühzeitig setzt sich die Marke mit den Vierringen mit einem vielfältigen Angebot an Nachwuchsprogrammen für die Förderung von Schülern und Studenten ein. Audi möchte bis 2015 der attraktivste Arbeitgeber innerhalb der Automobilindustrie werden. Angehende Ingenieure an deutschen Universitäten wählten Audi zum zweiten Mal in Folge zum beliebtesten Arbeitgeber. Toyota ruft 3,8 Millionen Autos zurück. Der japanische Automobilhersteller muss in den USA rund 3,8 Millionen Autos in die Werkstätten rufen. So viele wie nie zuvor. Die laut Medien größte Rückrufaktion in den USA seit dem dortigen Markteintritt von Toyota im Jahr 1957 betrifft sieben Modelle. Nach Angaben der Toyota Motor Sales USA könnte eine lose Fußmatte unter die Pedale geraten und das Bremsen erschweren. Die gewaltige Rückrufaktion betrifft weit mehr Autos, als Toyota im vergangenen Jahr in den USA verkauft hat. Wegen der globalen Absatzkrise waren Toyotas Neuverkäufe in den USA zwischen Januar und August um 29 Prozent eingebrochen. Jüngst hatte es für Toyota jedoch dank der in den USA eingeführten Abwrackprämie Anzeichen einer Erholung gegeben. Medienberichten zufolge will Toyota prüfen, ob möglicherweise auch in anderen Ländern verkaufte Autos zurückgerufen werden müssen. Vorstandswechsel bei Citroën Deutschland Christoph Musy, seit 2007 Vorstand von Citroën Deutschland, wird zum 1. November in Paris die Direktion Vertrieb Europa der Marke Citroën übernehmen. Nachfolger von Musy wird Peter Weiß. Mit Weiß, der verschiedene Vorstandspositionen im Fiat-Konzern innehatte und zuletzt Geschäftsführer der Kittner-Gruppe war, wird erstmals seit der Neugründung im Jahr 1950 ein Deutscher die Leitung der Deutschen Citroën Zentrale in Köln übernehmen. General Motors scheitert mit Verkauf von Saturn. Die Rettung der US-Marke Saturn ist gescheitert. Wie GM-Chef Fritz Henderson mitteilte, ist damit die Hoffnung zerbrochen, Saturn zu neuem Leben zu verhelfen. Die US-Autohandelskette Penske hatte zuvor beschlossen, die Verhandlungen über den Kauf der Marke zu beenden, weil sich Penske in Ermangelung eines anderen Autobauers außerstande sah, neue Modelle über die drei von GM im Juni versprochenen Modelle hinaus herauszubringen. Die Opel-Mutter GM hatte im Juli das Insolvenzverfahren verlassen. Einen Monat zuvor hatten GM und Penske eine Absichtserklärung unterzeichnet, wonach die Rechte an Saturn an die Autohandelskette übergehen und GM die Fahrzeuge weiter produzieren sollte. Durch den Kauf sollten 350 Autohandelsniederlassungen und 13.000 Stellen bei Penske gesichert werden. Deren Zukunft ist nun wieder ungewiss. Mercedes-Benz Brasilien stellt 800 neue Mitarbeiter ein. In seinem Werk nahe Sao Paulo stellt Mercedes-Benz do Brasil 800 neue Mitarbeiter für die Bus- und LKW-Produktion ein. Zusätzlich wird das Unternehmen 350 zeitlich befristete Mitarbeiter sowie 160 Auszubildende in unbefristete Arbeitsverhältnisse übernehmen. Die Neueinstellungen sind auf die sich abzeichnende Belebung des Nutzfahrzeugmarktes in Brasilien zurückzuführen. Seit Mitte 2009 zieht das LKW- und Busgeschäft in Brasilien wieder an, vor allem in der Landwirtschaft, der Baubranche und dem Bergbau. Auch viele Omnibus-Flotten werden derzeit erneuert. In Brasilien lag der Anteil von Mercedes-Benz LKW im August bei etwa 32 Prozent, im Omnibus-Bereich bei 50 Prozent. Mercedes-Benz do Brasil ist der größte Hersteller von Mercedes-Benz LKW ab 6 Tonnen Gesamtgewicht außerhalb Deutschlands. Das waren Sie, die Autoniss für dieses Mal. Danke fürs Zusehen. Bis bald und tschüss.